Das ist Doro. Ich bin Doro. Doro mag die Natur. Ach Doro, das ist doch eine Straße. Ja, schon viel besser. Und Doro gärtnert gerne. Aber das ist im Park schwierig. Wie wär's mit einem eigenen Schrebergarten? Ja? Gut. Gut. Deshalb baut Doro jetzt in Spur N die Gartengemeinschaft Gänseblümchen und freut sich darüber. Denn ihr könnt dabei sein. Wir verlosen zwei Parzellen an euch. Alle Infos unter www.dororama.de Wenn ich nicht gerade Blumen durch die Gegend schmeiße, dann schaue ich mir Videos von Spur N-Teile.de an. Hui! Die habe ich sogar abonniert.